Marti Czapek, Tschechien. Kanzler ist der Alexander Marke aus Deutschland. Am Video, wichtigster Mann, der Fiskor aus Russland. Auch der blauen Namen, Syllapist, Blöden. Giacomo Pauli, Italien. Er ist in Ukraine. Er ist in Ukraine. Und am Videobeweis der Fiskor aus Deutschland. Auf der grünen Bahn, Syllapist, Sanjong Kauriara. Ihnen wichtigere Zahlen in Kanaka. Kanzler ist der Alexander Marke aus Südafrika. Aus der grünen Bahn, Syllapist, Sanjong Kauriara. Sie kommen aus Singapur. Aus der roten Bahn, Syllapist. Okay. Beides sind. Das habe ich auch gesehen. Das ist ein bisschen besser. Herr Henkelmann aus Deutschland. Ich habe ihn auch nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Aber ich habe ihn nicht. Ich kann mich nicht ganz anders sagen. Hier oben. 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 Hier oben.